Hallo meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von REaktuell, dem Wochenmagazin auf RE1.tv. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und folgende Beiträge haben wir diese Woche. Berufsfestival in der Wirtschaftskammer, den Wochenblick sieben Tage außer fern, Schafe nach Wolzrissen wieder abgetrieben und Graffiti-Workshop in Reute, wir schauen zurück ins Jahr 2018. Mit den verschiedensten Berufen hautnah auseinandersetzen, konnten sich vor kurzem die Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen vom Bezirk und des Gymnasiums. Im Außerferner Berufsfestival in der Wirtschaftskammer REUTE präsentierten sich auch heuer wieder zahlreiche Lehrbetriebe, den Jungen interessierten.